Ja, anscheinend habe ich mit dem Henker die höchste MMR, die es gibt und habe eine beschissene Map dafür bekommen. Klasse. Ich habe so eine fucking Map auch noch bekommen. Die werden... die pingen so einen auf den Sack, das kann ich jetzt schon sagen. Safe. Die ist off. Die spinnen sogar im Team. Man nennt mich auch Boss. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, no! Komm mal her, Mäuschen. Ihr mit euren 18.000 Spielstunden. Scheiße. Das Team bringt mich jetzt übelst in Schwitzen. Cooler MMR. Ja, behavior. Ich höre nichts. I don't give it. Moment. Ja, I don't give a fuck. Oh, schade. Jesus. Komm auf meine Schulter. Ich zeig dir mal meinen Rücken. Durchtrainiert. Hey, Meg. Fuck this thing. Hier wird getunnelt. Oh, yeah. Auf höchstem Niveau, Jet. Oh, ups. Da war ich ein bisschen, wie gesagt, fein gefühlt. Ist noch nicht so drin. Das stimmt. Das mach ich. Danke. Ich wusste tatsächlich nicht... Aha. Hat nicht funktioniert, du... Hat nicht funktioniert, du blöde Kuh. Ja. Kein Problem. Ihr seid so dumm. Ihr seid so richtig stupid. Oh nein. Hat dein Schrank nicht funktioniert? Oh. Das ist aber schade. Der Haken funktioniert, würde ich sagen, ne? Oh, nimm dein Kleid aus meiner... Oh, hi. Danke. Danke, Meg. Mäusen. Ist mir sowas von scheißegal. Alter, ich... Ich verprügge hier gerade Spieler, die 18.000 Spielstunden haben. Danke. Bleib dir einfach. Nicht? Okay. Danke. Komm mal. Hä, warum bleibt das nicht? Sie macht kein Gen, Alter. Sie macht kein Gen. Ahoy. Warte. Oh, gut gemacht. Aber, weißt du was? Ah. Ahoy. 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 Jetzt hebe ich Meg kurz auf. Also, Meg... Meg müsste jetzt das hier sein. Genau. Voila. Oh, die Strike. Geil. Ist nicht schlimm. Ich krieg dich eh. Oh yeah. Mäusen. Wo kommt der denn her? Geil. Ist leider nicht lang genug. Also, nur das Teil hier jetzt, äh, ingame, ne? Also. Oh yeah, Baby. Oh. Da bist du. Warte, ich dachte gerade, wo bist du denn hingelaufen? Achso, danke. Boah, sie hat das Pferd. Sollte passen. I hope so. Ich schätze. Schätze, bis. Eh, Wallah. Ey. Ich habe sie gar nicht aufgehoben. Oh, du bist so dumm. Danke. So. Geil. Los, 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 los. Go, go. Danke. So mache ich das. Oh, die Strike aufwärts. Geil. Wie gesagt, die lasse ich ausblüten. Wie gesagt, ich habe damit kein Problem. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie lange das dauert, um sie ausblüten zu lassen, aber... Er ist nicht lang. Hat die eine, der rennt hinten rum. Alles klar. Sie geht zurück. Ach, die sind in Absprache. Ja, mach gut. Die machen Chins. Okay, der muss sich anders angehen. Mal gucken, ob sie auch Distract dabei hat. Kein Distract. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie sind. Sie hat keinen Zugpferd dabei und die andere ist unten im Keller, geil. Keller, Keller oder Schre... Ah, okay, okay. Ah, ist das schön, Chat. Also es ist wirklich schön, dass ich mit dem Henker sowas erreiche. Ach, sie hat hier den Witz gekriegt. Ich weiß. Meg wird dorthin gehen. Meg ist im Schrank, bin ich der Meinung. Ach, da ist sie. So, sie ist tot. Geil. Mäuschen. Sie geht in den Schrank. Oh, doch. Oh, ja. Oh, ja. Oh. 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 Oh, yes, Baby. Mit dem Hacker, wie gesagt, muss ich üben. Da müssen wir noch üben. Ey, wenn ich hier alle kriege, oh, das wäre so nice. Ob ich es schaffe, weiß ich jetzt nicht. Schwieriges Ding. Aber wenn nicht, ist es nicht schlimm. Okay, passt alles. Ach, unter mir. Sie ist die andere Richtung gelaufen. Los, go, 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 go. Chat, die hält mich auf Trab. Okay. Sie weiß, dass da keine Paletten mehr sind. Deswegen geht es jetzt hier runter. Kein D-Strike mehr, gell? Ach, und du willst sterben? Habe ich das schon gesagt? Ja, ne? Ah, ist jetzt nicht geil. Ist egal. Einer kann ruhig hinkommen. Oh, guck mal, die warten. Die warten sogar noch alle. Jetzt muss ich reinschreiben. Oh, guck mal. Untertitelung des ZDF, 2020